um die Geschwindigkeit um nicht auseinandergerissen zu werden das ist doch schön ist klar dass man im artillerie-panzer schlecht auf dem flugzeug schießen kann tut ihnen weh sind das sturmtiger ballert mal schön drauf ne hier oh der produziert gerade nichts das hole ich mir doch ach ihr habt es doch geschafft okay egal ich habe eine panzerbasis das parasit ach so ich habe einen haufen gebäude eingenommen schön so ich würde euch gerne helfen das dumme ist ich bin nicht in der lage luftabwehr zu bauen leute tut mir also nicht leid der hier kann auch nichts ne was ist da unten los ach so liebe die Wälder sind voll mit Panzerabwehrgeschützen und sie können über die Brücke hinaus feuern ich wette Campbell würde wieder behaupten dass wir verpfiffen worden sind die Stadt wurde erobert aber nicht die Brücke wiederholen können Brücke nicht einnehmen so ja weißt du was rückzug bedeutet nicht ne dann halt nicht schön schön bewegt eure fetten Ersche mal mehr ernst ich habe hier nichts genauso ist mein Flugfeld weg Wichse ja ja klatscht langweil das rückg ja ja Dieses Spiel ist steinig und schwer. Es geht mir ziemlich auf die Eier. Und dumme Fliegen, die mir immer vom Bildschirm rumfliegen, nerven mich auch. Kann man sich kaum vorstellen, ist aber so. Würdest du dich auch mal einmischen? Mr. Panzerzerstörer! Haka, ineffektiv! Gut, dann zieht euch mal ein bisschen zurück. Dann hol ich mir hier noch zwei. Bumm. Und hier noch eins. Bumm. Und Tod und Vernichtung, ne? Weiß Bescheid. Hm. Mal gucken. Kann ich da hin? Nein, da kann ich sogar hin. Ne, geile Scheiße. Egal. Tut was! Toll! Toll! Ich hab's ja gesagt. Ihr seid dumm. Ihr seid nicht in der Lage, irgendetwas zu sch... No, tötet den Marder! Tötet ihn! Ja, ich weiß! Marder, sehr leicht. Oh nein, oh nein, oh nein! Wir sind zu dumm. Ich geb's echt auf, dass man mit denen irgendwas anfangen kann. Ist totaler Schwachsinn. Du kannst hier nichts machen. Deine Muttererstellung läuft. Du bitte jetzt diesen Scheiß... Mann, kaputt machen, ey. Stuck macht den Stuck und hört auf zu pflichten. So bringt das nix. Dat muss drücken im Gesicht. Ne, mal im Ernst. Das wird jetzt langsam wirklich scheißlangweilig. Sehr schön. So. Hört auf zu flüchten, sonst gibt's auch die Deckel, ne? Es ist einfach schrecklich. Ich hab einfach nur so wenige Einheitentypen. Ich brauch mehr Einheitentypen, verdammt nochmal. Mal im Ernst, das ist langweilig. Ich speier trotzdem mal auf, wenn's überhaupt nichts bringt. Weil ich noch kein Stückchen weitergekommen bin. Das wird ein langes Let's Play. Juhu, toll. Nicht. Wo ist eigentlich dieser Aufklärer? Komm mal her, du Neger. Ich mach dich ein, ein Worte vernichtet. Hui. Schön. Und vernichtet mal gleich weiter. Panzerzerstörer. Und sie können gegen Infanterie vorgehen. Ja, ist ja der Hammer. Hä? Nicht? Ach so, es ist ne Flak. Okay, dann, dann schon. Wär auch ein Wunder gewesen, wenn irgendwas geklappt hätte. Ja. Irgendwas klappen. In dem Spiel. Nein. Sicher nicht. Nein, 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 nein. Ihr seid Archer, ihr seid keine verdammte Artillerie. Ach, zurück alle. Auch du. Idioten. Deine Mutter steht unter Beschuss. Scheiß Flacke. Müssen wir so sagen, da hinten ist nichts. Okay. Wird mir eine Freude sein, das einzunehmen. Wobei, das braucht wie nur Ressourcen. Ich hab keinen Bock, mir jetzt irgendwie viele Ressourcen zu holen. So, was mach ich jetzt da am besten? Dumm in die Gegend gucken. Jawohl, wir haben die Einheitenerklärung. Ja, ja. Ich werd mir mal ein Schlückchen Sprite genehmigen. Ja, ich bin knallhart. Ich trink Sprite, Leute. So knallhart bin ich. Andere Leute genehmigen sich Kekse. Ich genehmige mir eine Sprite. Yay. So. Und wehe, ihr macht was falsch. Schaut schon echt dumm aus. Die lauter kaputte Sachen. Kommt noch Nachschub im Depot. Ach toll. Kaum noch Nachschub im Depot. Hm. Liegt vielleicht daran, dass es leer ist. Ich werd jetzt reinrushen und versuchen, diese verdammten Panzerabwehrgeschütze zu töten, weil... Es geht mir auf die Nerven. Ja. Kommst her und schaust ein bisschen hier. Was machen die mit der Pacta? Wirklich nur zwei? Nein. Egal. Oh, ups. Oh, ups. Oh, ups. Oh, ups. Hm. Da ist auch noch ne Pack, ne? Hi, 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 hi. Die sie keine Ahnung haben. So. Wie war das? Tab. Achso, nur einmal Tab. Gut. Was bedeuten diese hier? Wahrscheinlich gegen die Klassen. Aber nix gegen Infanterie. Das find ich echt schön. Der Infanterie wird euer Tod sein. Kübelwagen. Unbewaffnender Aufklärer. Iiiiih. LOL. So. Ihr Neger macht bitte zuerst den Marder kaputt. Achso, das sind zwei Marder. Egal. Tötet sie! Tötet sie! So. Wenn wir ihre vorgelagerten Stellungen hier und hier ausschalten, können wir die Deutschen aufhalten. Achso, die ist weg. Cool. aus. Was. Das ist weg. Is. Is. Oh, das ist weg. Nein! Beschuss ist nicht anhaltend. Ist ja das klar? Nein, dann nicht, ne? Panzer IV, sehr schwer. Na scheiß, egal. Die Grenadierer hole ich mir. Seinen Nachschub bekommt er auch nicht. Egal, mach die Grenadierer kaputt. Hm? Hm. Mushtal? Ja. Die Grenadierer. Schluck mal. Mach die Grenadierer. Die Grenadierer, keine Grenadierer. Werden Sie in der Wicke? Die Grenadierer sind in der Flucht. Der Gegner ist auf den Weg. Die Grenadierer sind in der Flucht. Ich bin dabei! Eins, Zwo, Drei! Hm. Besten kannst du hier hinten. Ja, ja. Ich bin so langsam. Ernsthaft. Die Einheit wurde verdichtet. Tja, KI. Hm, was kann ich mit euch eigentlich machen? Nichts. Doch, etwas. Stille euch einfach da.